Alle Zombies kommen rein Was machen wir jetzt runter pushen, runter pushen? Was sollen wir sonst machen? Die haben Zombies kommen jetzt Hallo Penkeler Schwierig Zombies kommen jetzt Hier können wir runterspringen, da wo ich bin, geh runter Ich spring jetzt, okay? Du musst halt low HP Pass auf, pass auf, hier links auf das Ding, weißt du da? Wo die Leiter ist Ich spring jetzt Sieht schon wild aus, Mann Ich geh da nicht mehr mit dem Sound drüber Lass zusammenbleiben, wie gesagt, am besten Ich hab halt keine Axt mehr, um Zombies zu killen Ich hab kein Messer mehr, aber wirklich Komm her, ich lieb ein Messer Lass euch auch zwei Schnitt Bleibt, 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 wir sind durcheinander alle Bleibste Hier geht's runter Hier ist ne Landmine vor Landmine vor Hab sie Ich glaub die Langsam runter Da müssen Abstand runter gehen Abstand Genug für erst Weil wenn der Landmine ist, funktionieren die beide So, ich geh'n da her Du musst ein bisschen Abstand halten mit deiner Cover Alter Oh mein Gott Nicht wirklich Ja Abstand halten, Lungs Abstand Ich hab's extra nochmal gesagt Nein, die hat nicht Abstand Plötzlich explodiert Nein, hier waren zwei Meter Niemann, da lebt ihr Ja, ich bin nur bewusstlos Ich weif dich grad Wo waren die? Weiß ich nicht Ich glaub um der Ecke Die lag direkt in der Ecke drinnen Hier ist glaub jemand Leiste Das ist für mich grad wie bei Wie bei Sau, Junge Alter geht das tief runter, Mann Holy fuck Runter? Ja, wir müssen halt Under Chaos Loot irgendwie Ich hab halt gar keinen Platz Ich auch Holy fuck, Alter Ich bunke, ja, es geht übel tief in den Boden rein Das ist übel wild Und das gehen, oder? Weiter gehen Ja Auf jeden Fall da unten rein, Mann Da kommt jemand oben Kommt jemand oben Nicht zappen Der läuft, der läuft, der kommt Kommt runter Oh Gott, ich hab so Angst, Junge Kommt runter Oh mein Gott, Junge Ich push gleich hoch, wenn er ist Er hat mich fasst, er hat mich Geh weg, geh weg Kapp mal nach oben, kapp mal nach oben Kapp mal nach oben Kapp mal nach oben, mach der schütz ich Hab ihn Lass mich runter, lass mich runter Muss ich bandagen Muss man die bandagen Noch einer, noch einer, noch einer Noch einer hier irgendwo Ne, das bin ich Lass mich aufstehen hören Zombies kommen von außen Zombies kommen von außen Ja, der Zombie Akku draußen Hast du den Nate gezündet? Pankeler? Nein Nate hat jemand gezündet? Ja Ich bin weg Du bist dead? Nein, 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 ich bin weg Bei der über uns? Oder unter uns? Nein, 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 die kam von unten hoch geflogen Gibt's Dabs Das hat einer Cover für ne Nachkampfwaffe Ich hab anders Covers Was hat er für eine Nachkampfwaffe gehabt? Ja, Kaffee Danke Hast du noch Mac dazu? Eins Ja Warte, du hast sie mir gegeben Ah, und wo ist es? Lass mich weg Was war das denn? Jo. Nein, danke. Ich glaube hier ist das Treppenhaus tatsächlich, wo ich grad bin. Mhm, wir sind im Treppenhaus. Ich muss bei dir die Tür ein-Cover an, ich versuche mich hier mal zu schauen. Man weiß doch nicht, wo die schimmeln. Das sind da Jahre und die Tür genau wird aufgeschlossen. Ich schließe mal die Tür auf. Aber wo bei dir hin? Ja. Unten, wahrscheinlich unten. Ja, ja, ich hab's gehört. Ne, oben, 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 oben. Wirklich runterkommen, denn alle Zombies kommen rein. Die kommen nur runter. Was machen wir jetzt? Runterpushen? Runterpushen? Ne. Was sollen wir sonst machen? Die haben Zombies kommen jetzt. Hallo, Penkeler. Wollen wir hier runter springen? Schwierig. Zombies kommen jetzt. Hier können wir runter springen, da wo ich bin. Geh runter. Ich komm nicht da rüber. Warte. Das ist cool. Ich spring jetzt, okay? Weil du bist halt low HP. Pass auf, pass auf, pass auf. Hier links auf das Ding, weißt du da? Wo die Leiter ist. Wir springen jetzt. Ich bin unten. Oh mein Gott. Ich weiß nicht was ich machen soll, man. Es ist noch einer, noch einer links bei mir. Wir müssen irgendwo safe gehen. Die ganzen Zombies kommen auch. Hier ist die Tür nach oben. Was hat der gehabt? Nur ne Shotgun, man. Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Da kommen zu viele Zombies. Die kommen alle. Nades wieder. Lauf weg, lauf weg. Ge weg, ge weg. Ich glaube das war gar kein Nade. Ich glaube das war eine Landbiene. Das ist so, dass der da reingerannt ist. Ja. Wollen wir hier rein? Ich weiß nicht, ob wir hier rein sollen. Fusch rein. Wir können halt jetzt hier nochmal. Ja, da müssen wir zuzumachen. Schau. Vorsicht halt wegen Landwirte. Ja. Degg, jetzt sind zu viele Räume halt. Das ist eine Pickaxe, die brauche ich. Ja, lass zu einfach. Vorne ist es wieder da, wo die ganzen Zombies sind. Oh mein Gott, Alter. Hier geht es weiter runter, aber blum, es sind zu viele Zombies. So kommst du nicht weiter. Wir müssen schauen, vielleicht können wir hier runter klettern. Warte ich. Ich muss eine andere Seite. Die Zombies. Hier geht es auch noch runter. Nein, 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 nein. Alter, da unten. Komm her. Warte ich. Wollen wir hier runter pushen einfach? Push einfach. Komm her. Hier einfach gerade da runter. Vor uns die Treppe. Alter hat nichts dabei gehabt. Komm lass einfach runter. Scheiß drauf. Ey kommst du gar nicht runter. Ne. Äh. Gehts nur hoch. Dann müssen wir doch da drücken, wo die ganzen Zombies sind runter. Können sie es rein, ich könnte mich da hinlegen mit der Shotgun und einfach die ganzen Zombies umballern. Alter sind es zu viele. Was machen wir? Mach weg. Lass die kaputt machen. Ich hab noch ne Nate. Ja ja. Ich schmeiß eine. Ich schmeiß eine. Kannst du mal ne 4 aufheben wo der liegt? Warte du. Warte mach ich. Ich hab schon. Ich hab sie geschmissen. Liegt schon. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Lauf weg. Ja ich brauch auch noch eine rein. Kannst du bei den M4 nicht mitnehmen? Die irgendwo am Boden. Ne. Warte ich nimm sie mit. Weg. Wir haben wahrscheinlich dann auch versucht die Zombies wegzunaden. Jetzt unten rein rein rein. Okay? Einfach unten in den Raum rein, in den Gang da. Pass auf wegen Nades, pass auf wegen Nades. Äh, Labinen. Ich auch noch eine Nade darunter? Ich hab fast gar keine mehr. Wir haben noch drei Stück. Sind die von mir aufgelommen? Nee, die hab ich nicht, die hab ich nicht. Ja, kommen erstmal keine Zombies. Doch, ich hab noch zwei, willst du haben? Nee, nee, ich hab noch drei Stück. Dann kommt erstmal nichts mehr. Nichts? Vielleicht gehen wir auf zu? Nee, auch nicht. Wir sind gleich nächster, oder? Jo. Kein halbwegser Abstand wegen den Lacken. Nade. Hier, oder? Nee, es sind noch zwei. Boah, da unten muss einer sein. Ganz unten muss einer sein. Da sind so viele Zombies. Ich seh, die stehen im Wasser, die stehen im Wasser. Komm. Das Wasser. Kann ich hier livewischen ausmachen? Nee. Denn hier gibt's noch nichts. Boah, Alter. Kommen alle hoch. Achso. Ich hab die Delta erstmal, oder? Ja. Hier, oder? Komm mal mit. Wo es hier lang geht. Gott, Alter. Ey, Junge. Komm mal mit. Auf Zombies. Auf Zombies. Ich mach das. Ich blute. Ich mach das. Ich blute. Wenn die Fahrgummer da weiter runter kann. Ich glaube nicht, das ist Wasser. Also, es sieht nach Wasser aus. Sieht nach Wasser. Zombies ohne Ende. Komm mal runter. Lauf mal runter. Lauf mal runter. Gegen Beuden geht kein Feuer. Rippmann. Moin Psychopaths. Was geht? Wie geht's Psycho? Ich muss nachladen. Wer kommt, der kommt hoch. Nee, ich schwimme da. Nee, wird ein großer. Boah, kack. Hier geht's doch nirgends Wind. Wir kannst ja nicht weiter filmen. Ja, hier geht's aber nicht weiter. Geht das neue Rennenring. Wahrscheinlich, dass wir weiter hochkommen. Gehst du ja. Schon mal eine Etasche hoch. Ja, warum wir alle hier runter wollen. Wenn's hier nichts gibt. Bist du ganz oben schon? Nee. Ich hab zu Angst, hier in den Raum rein zu laufen. Weil die über den Landbienen liegen. Weil die über den Landbienen liegen. Du bist noch eins halt dumm. Ja, ja. Ich weiß gar nicht wo. Hier geht's weiter, hier geht's... Nee. Hier geht's weiter, glaub ich, bei mir. Mit einer Etasche hoch und dann einfach hinten lang gelaufen. Ja, hier, genau. Ja, ich komm rein. Das, wo wir seid. Irgendein Bunker, ich weiß es nicht. Irgendein Bunker. Ich hab vielleicht keine Ahnung, wo wir sind. Vorne ist wieder Treppe. Oder? Nee. Hier ist das Militärbezeug. Ja, hier ist das Slut. Alter. Uuuuuh. Komm mal her. Hahahaha. Lol, hier ist das fette Loot dann. Oh, schön. Ich hab's für Schiss, Mann. MV ist Heavy West, Alter. Achso. Oh, toll. Wo ist denn die nur die Treppe? Wo ist denn die nur die Treppe, Mann? Ah, hier, vorne. Huch, blau. Ich hab keine Ahnung, was ich einstecken hab, weil ich das nicht sehe, weil es so komisch hell ist. Nicht, Alter. Das ist hoch, das ist hoch, das ist hoch. Ich gucke euch auch noch nicht zu, wo es dann gelootet. Looted ist bisher nicht so gut. Na gut, wir haben eine dicke gefunden. So eine L96. Eine L6, ja. Aber sonst so richtig dickes Loot lag da jetzt eigentlich nicht so rum. Dann fahren wir hier hinten schon drin. Wo hinten denn? Achso, da geht's raus. Ich muss jetzt noch mal essen. So essen, das ist gut. Ich brach eigentlich. Pack ein, pack ein, pack ein. Das haben wir ja noch gefroren, glaube ich. So, ich bin dann ready. Das ist noch das Stück. So, lass durchziehen. Oh mein Gott, Alter, das war zu wild. Das war zu wild.